Grüß euch, liebe Zuseher! Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Hintergrund ohne Worte. Heute habe ich eine ganz besondere Granate als Video für Sie. Ich möchte heute zwei Molosser-Rassen miteinander vergleichen, welche ganz klar einen rockigen Dusch verdient haben. Es geht hier um den Bullmastiff und die Bordeaux-Dogge. Zwei der beliebtesten Molosser-Rassen auf der ganzen Welt und oftmals werden die beiden miteinander verglichen. Ich hörte schon so oft, die Bordeaux-Dogge ist der französische Bullmastiff oder der Bordeaux-Dogge ist die englische Bordeaux-Dogge. Ich persönlich empfand die nie als wirklich sehr ähnlich. Wenn es um die Optik geht, gefallen tun sie mir beide. Ich hatte auch schon Bekanntschaft mit beiden Hunderassen, arbeitete an der Schutzarbeit mit einem Bullmastiff, das war ein Genuss, werde ich nie vergessen. Die Bordeaux-Dogge ist der Lieblings-Molosser meines Vaters und ein sehr guter Freund von mir besitzt jetzt die vierte. Das sind zwei ehrliche Hunderassen. Und ich dachte mir, wenn die schon so oft miteinander verglichen werden, wenn ich weiß, Bordeaux-Doggen-Fans sind, meistens auch Fans von Bullmastiffs und umgekehrt, dann schmeißt du die beiden einmal miteinander oder gegeneinander ins Rennen bei einem Vergleichsvideo und das möchte ich heute gerne tun. Zuerst mein Eindruck, wenn ich beide Hunde sehe. Weshalb empfinde ich die nicht als besonders ähnlich? Ich denke, die unterscheiden sich erstmals extrem von der Kopfform. Also sie haben zwar einen ähnlichen langen Fang, doch während der Fang der Bordeaux-Dogge mehr in das Bulldoggen-Lager hineingeht, ist der Fang des Bullmastiffs bei Weitem trockener. Er hat nicht so schwere Läfzen wie die Bordeaux-Dogge. Farbtechnisch unterscheiden sie sich enorm. Und hier sticht dieses schöne Hellrot der Bordeaux-Dogge besonders hervor. Auch ist die Bordeaux-Dogge der längere Hund, also der Hund mit dem längeren Rücken, während der Bullmastiff im Vergleich zum Franzosen etwas quadratischer wirkt. Ja, sie sind beide etwa gleich groß, gleich schwer, doch sie unterscheiden sich auch charakterlich etwas. Also nochmal zurück, wirklich ähnlich finde ich die beiden nicht. Aber das ist ja Geschmackssache. Gehen wir mal einige Kategorien durch und vergleichen die beiden miteinander. Zum Schluss sehen wir dann, was unterm Strich rauskommt. Und ich gebe dann nochmal ein Gesamt-Fazit dieser beiden Kapazunder ab. Gehen wir mal zur Größe. Ich würde sagen, hier sind beide ex-equo. Die erreichen beide in etwa dieselbe Schulterhöhe, werden beide etwa gleich groß. Hier handelt es sich wirklich nur um ein, zwei bis drei Zentimeter Unterschied in der Schulterhöhe. Und ähnliches gilt auch für das Gewicht. Ich würde sagen, weder die Bordeaux-Tage noch der Bullmastiff glänzen hier, wenn es um Unterschiede geht in der Größe. Also in etwa gleich. Bei der Leistungsfähigkeit würde ich sagen, dass der Bullmastiff einen Tick, ein klein wenig, einen Vorteil gegenüber der Bordeaux-Tage hat. Supersportler sind beide nicht. Das sind typische Molosser, typische Molosser, Rassenvertreter, wuchtige, bullige, schwere Hunde, die zwar, besonders der Bullmastiff, zu den sportlichen Molossern gehören, aber Marathonläufer sind Molosser generell nicht. Es sind Kurzstrecken-Sprinter, die schon einiges an Explosivität aufweisen können, sowohl der Bullmastiff als auch die Bordeaux-Tage. Doch ich würde hier den Bullmastiff als den etwas sportlicheren Molosser bezeichnen wollen. Kräftemäßig nehmen sich beide nicht viel. Also die Bordeaux-Tage ist ein unheimlich starker Hund, genauso der Bullmastiff. Und im Ausdauerbereich würde ich sagen, halten sie sich auch, etwa die Stange. Doch der etwas schnellere, ich möchte nicht sagen beweglichere Hund, aber etwas sportlichere Molosser ist meiner Meinung nach der Bullmastiff. Also, die Runde geht klar an den Bullmastiff. Kommen wir zur Fellpflege. Das sind beides kurzhaarige Hunde mit so gut wie keiner Unterwolle. Und hier ist die Fellpflege überhaupt kein Problem. Weder beim Franzosen noch beim Engländer. Also, das ist überhaupt keine Hexerei. Auch hier würde ich sagen, halten sie sich die Stange, steigen beide ex aequo aus. Beim Bewegungsbedarf zieht der Bullmastiff meiner Meinung nach der Bordeaux-Tage wieder etwas davon. Es sind beide keine unheimlich triebigen Hunde. Das hält sich im Mittel, würde ich mal sagen. Es sind keine phlegmatischen Hunde, aber auch keine unheimlich triebigen Hunde. Dennoch würde ich sagen, ist der Bullmastiff der Hund, der ein klein wenig mehr Bewegungsbedarf hat. Nicht viel, aber dennoch. Also, der Franzose ist hier mit Sicherheit der etwas gedämpftere Hund. Davon bin ich überzeugt. Also, diese Runde wieder an den Engländern. Und jetzt kommen wir zum Wachhund. Und bei den Wachhundereigenschaften würde ich der Bordeaux-Tage den Vorzug geben. Schauen Sie, die Bordeaux-Tage ist generell gesehen für mich der etwas grimmigere Hund als der Bullmastiff. Beide sind keine bösen, grimmigen Hunde nicht. Aber die Bordeaux-Tage ist charakterlich etwas kantiger als der Bullmastiff. Das waren alle Bordeaux-Tagen, die ich persönlich kannte, im Vergleich zu den Bullmastiffs, mit denen er nicht persönlich zu tun hatte. Ich würde behaupten, dass der Franzose der etwas bessere Wächter ist als der Bullmastiff. Deswegen gebe ich Ihnen in dieser Kategorie den Vorzug. Doch beim Thema Schutzhund gewinnt hier wieder für mich der Bullmastiff. Weshalb? Schauen Sie, sowohl der Bullmastiff als auch die Bordeaux-Tage sind beides extrem effektive Schutzhunde. Niemand von Ihnen da draußen will einen dieser beiden Hunde als Gegner haben, in einer Situation, in welcher er Sie als Gegner ansehen könnte. Niemand. Doch ich erklärte schon einige Male, was für mich einen guten Schutzhund ausmacht. Und hier gewinnt für mich der Bullmastiff. Ich bin davon überzeugt, dass der Bullmastiff beim Thema Schutz, Arbeit oder Beschützen kontrollierbarer als die Bordeaux-Tage ist. Die Bordeaux-Tage ist im Gesamten kantiger, grimmiger. Die entwickelt hier mehr Drive als der Bullmastiff und ist dann eventuell nicht mehr so zu handeln, wie es der Bullmastiff in solch einer Situation eventuell wäre. Das ist meine Meinung. Ich habe beide Hunde in solchen Situationen im Ernstfall noch nicht erlebt. Aber so wie ich sie kenne und so wie ich sie einschätze, gehe ich davon aus, dass der Bullmastiff hier der kontrollierbarere Hund ist. Er ist gleichzeitig aber ein genauso effektiver, also rein von der Eignung her, genauso guter Schutzhund ist wie die Bordeaux-Tage. Deswegen muss diese Kategorie für mich der Bullmastiff gewinnen. Kategorie Familie. Beides sind tolle Familienhunde. Wenn Sie diese Hunde gekonnt erziehen, Sie wissen, ein Molosser ist dafür bekannt, dass er eine extrem hohe Reizschwelle vorweist, sehr geduldig ist mit Kindern. Das sind Eigenschaften, für welche Molosser bekannt sind. Und hier machen auch der Bullmastiff und die Bordeaux-Tage keine Ausnahme. Und wenn diese Hunde gut, in guter Hand sind, gut geführt werden, gut erzogen werden, sind das Topfamilienhunde. Beides sind keine Einbahnhunde. Und beides sind Hunde, wenn sie mit Gefühl an Kinder herangeführt werden, von klein auf mit diesen auch extrem viel Geduld vorweisen. Also, ich würde sagen, hier steigen beide Ex-Aquo aus. Wohnungshunde. Ah, Durchschnitt. Große, schwere Hunde, aber mit Recht. Überschaubare Triebigkeit, wenn ich das so ausdrücken kann. Das heißt, da sind keine Hunde, die ständig in der Wohnung herumhirschen. Ja, würde ich behaupten, dass eine 30 Quadratmeter Wohnung für einen derartigen Brocken von Hund zu klein ist. Aber es muss auch nicht unbedingt ein 200, 300 Quadratmeter Haus mit dementsprechendem Grundstück dazu sein. Also eine halbwegs große Wohnung sollte eigentlich reichen, um eine Bordeaux-Tage und einen Bullmastiff anständig halten zu können. Also beide für die Wohnung geeignet, meiner Meinung nach. Beim Thema Ersthund ist für mich klar der Bullmastiff der geeignete Hund. Molosser sind generell für mich keine klassischen Ersthunde. Das habe ich schon sehr oft gesagt. Sie wissen schon, Händchen, manche Leute haben das natürlich. Manche Leute haben schon den x-ten Hund und können immer noch nicht mit dem Tier umgehen. Aber als klassische Ersthunde würde ich die beiden nicht durchgehen lassen. Das ist meine Meinung. Doch wenn ich beide miteinander vergleichen müsste, würde ich sagen, der Bullmastiff ist hier etwas führiger. Klassische Ersthunde beide nicht, aber eine Entscheidung zwischen diesen beiden würde ich zugunsten, ja, würde ich mich auf die Seite des Bullmastiffs schlagen, wenn ich so sagen kann. Er ist für mich der geeignetere Ersthund. Ja, was sehen wir jetzt? Wir sind hier jetzt fertig mit dem Kurzvergleich und ich würde sagen, der Bullmastiff ist der etwas leistungsfähigere Hund mit mehr Bewegungsbedarf und hat Vorteile beim Thema Schutzhund. Die Vorteile habe ich schon erklärt, das ist meine Meinung. Außerdem ist er etwas führiger als die Portodog. Die Portodog ist meiner Meinung nach der bessere Wachhund. Aber generell hinkt sie in diesem Vergleich dem Bullmastiff etwas hinten nach. Ich würde behaupten, dass der Bullmastiff der bessere Allrounder ist als die Portodog. Schauen Sie, das sind beides typische Molosser. Groß, stark, wuchtiger Kopf, Ecken und Kanten wie alle Molosser. Während der Bullmastiff für mich eher den modernen Molosser vertritt optisch, wirkt die Portodog auf mich, als wäre das ein Hund, der mit einer Zeitmaschine direkt aus der Antike her katapultiert wurde. Also der wirkt extrem antik für mich, aber es sind beides typische Molosser. Was haben die beiden geschichtstechnisch miteinander gemeint? Eigentlich nicht viel, nur dass sie beide von Hunden abstammen, welche schon die Kelten besaßen. Der Bullmastiff ist eine Kreuzung aus Bulldog und Mastiff. Man spricht beim Bullmastiff von 60% Mastiffblut und 40% Bulldogblut. Und der Mastiff ist ein Hund der ehemaligen Kelten. Bei der Portodog spricht man von Hunden, welche, man vermutet, schon die Galia besaßen. Mit welchen schon Julius Cäsar in Kontakt kam. Kann aber auch sein, hier wird viel spekuliert, dass die Portodog aus Kreuzungen damaliger keltischer Hunde mit römischen Kriegshunden hervorgehen. Das ist das Einzige, was beide miteinander verbindet und natürlich ihre Zugehörigkeit zur Kategorie der Molosser. Doch ansonsten würde ich sagen, ja, sie sind sich etwas ähnlich. Aber so ähnlich wie die beiden sich sind, sind sich auch andere Molosser untereinander. Doch sonst würde ich sie nicht als sehr ähnlich miteinander bezeichnen. Eigentlich konträre Charakter, die Portodogge kantiger. Auf jeden Fall der kantigere, ernstere Hund. Davon bin ich überzeugt. Der Bullmastiff, der etwas führigere Hund. Und optisch ähneln sie sich eigentlich auch nicht. Groß, schwer sind sie beide Molossern. Molosser gehören sie beide an. Ja, aber ansonsten, wenn sie mich fragen, für welchen ich mich entscheiden würde, das ist ganz schwer. Schauen sie, wenn es hart auf hart geht und ich müsste mich entscheiden, würde ich mich höchstwahrscheinlich, es ist ganz schwer für mich, für den Bullmastiff entscheiden. Und sie werden sich jetzt wundern, weshalb, ja, das ist eigentlich nur die Fellfarbe. Mir gefallen optisch beide gleich gut. Doch den Bullmastiff gibt es in dunkel geströmt. So gibt es die Portodogge nicht und das ist eine Farbe, dieses dunkel geströmt, welche mir bei Molosser Rassen extrem gut gefällt. Das wäre eigentlich der einzige Grund. Aber ansonsten, sie würden mich beide charakterlich wie auch optisch ansprechen. Also sind beides toprunde. Ja, liebe Zuseher, das war es mit diesem Vergleichsvideo. Heute mal mit extravaganten Hintergrund. Ich werde das bei einigen folgenden Videos auch einbauen, aber mit einer anderen Atmosphäre hinten. Sie wissen, ich drehe gern draußen, aber es ist jetzt schon recht kalt. Und wenn ich dann eine halbe Stunde, 45 Minuten irgendwo stehe im Wald und der Hund neben mir sitzt, bei minus 2, 3, 4, 5 Grad, dann ist ihm das schon zu kalt. Also verlege ich das jetzt nach Hause und baue jetzt so eine Spielerei da hinter mir ein. Schaden tut es nicht. Im nächsten Video möchte ich Ihnen eine Hunderasse vorstellen, welche Sie vielleicht noch nicht kennen. Ich kann Ihnen nur sagen, ein beeindruckender Hund und lassen Sie sich überraschen. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich selbstverständlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt gehe ich nach hinten an die Bar, nehme einen Trink und Ihnen wünsche ich noch einen schönen Tag. Das war es schon wieder. Ich werde nicht. Vielen Dank.